Das ist unser Hund Ryo. Ryo ist ein Königspudel. Er wurde in Österreich geboren und was Ryo besonders mag, ist zu spielen. Er ist sehr verspielt und beim Spielen ist er besonders laut. Das heißt, er wählt dabei am liebsten. Und was Ryo noch sehr mag, ist Tofu essen. Er liebt das mit uns schwimmen zu gehen. Er mag auch in der Stadt spazieren gehen und am Gras herum toben. Ich habe ihm natürlich einige Tricks beigebracht. Was mir aber wichtiger war, war ihm beizubringen, wie er sich in der Menschenwelt zu verhalten hat, damit es für ihn angenehm ist und für alle anderen auch. Da geht es darum, dass er z.B. im Lokal ruhig ist, dass er sich in der Strassenbahn hinsetzt. Ich habe erkannt, es geht aber auch nicht nur darum, was ich meinem Hund beibringen kann, sondern unser Hund hat uns auch sehr vieles beigebracht. Ja, also mir bringt der Ryo z.B. bei, das Leben leichter, lockerer und spielerischer anzugehen. Wenn ich manchmal mit einem zu ernsten Gesicht unterwegs bin, dann fordert er mich sehr gerne auf zum Spielen und das sehr vehement auch. Und was er mir beigebracht hat, ist wieder genussvoll zu essen. Als er zu mir gekommen ist, hatte ich Probleme mit dem Essen und er hat mir genau dieses Problem gespiegelt, hat selbst sehr schlecht gegessen. Und erst als ich begonnen habe, mir mein Essproblem anzuschauen und mit mir Genuss zu essen, hat er auch begonnen, mit mir Genuss zu essen. Und mir ist aufgefallen, mit den Kunden, mit denen ich arbeite, dass das kein Zufall ist. Es ist nicht nur mein Hund, der mir etwas beibringt, sondern es ist immer so, dass der Hund dir etwas beibringen kann. Ich hatte z.B. eine Kundin mit einem kleinen Hund, der sehr aggressiv Männern gegenüber war. Wir haben herausgefunden, es ist deswegen, weil sie gerade in der Scheidungsphase ist und sie hat einen Hass gegen Männer. Und genau das hat der Hund ihr auch gespiegelt. Ein anderer Fall war eine Kundin, dessen Hund oder all ihre Hunde hatten Herzprobleme. Interessanterweise war sie Herzchirurgin. Und wir haben uns da auch angeschaut, warum ist das so, dass genau du diese Hunde anziehst, die Herzprobleme haben. Und wir haben uns da zusammengesetzt und gedacht, da müssen wir was tun. Da gibt es viele Informationen, die Hunde uns schicken wollen. Das wollen wir dann in einem Buch auch herausbringen, damit du auch lernen kannst, was dein Hund dir sagen will. Genau. Und im Jahr 2015 ist dieses Buch erschienen, Mein Hund hat eine Seele. Und in diesem Buch ging es darum, dass wir Bewusstsein schaffen wollten für die Gefühle und die Seele der Hunde. Und auch, welche Botschaften Hunde für den Menschen haben. Und seit kurzem haben wir dieses neue Buch herausgebracht, Die geheime Seele meines Hundes. Da geht es darum, das ist ein richtiger Praxisratgeber, wo es darum geht, zu verstehen, was das Verhalten deines Hundes über deine Persönlichkeit aussagt. Wir haben auch, ein sehr wichtiger Teil von diesem Buch war, ich wollte auf dieses Verhaltensproblem eingehen. Man sagt immer, mein Hund ist verhaltensgestört, mein Hund hat ein Verhaltensproblem. Hier beschreiben wir, was der Unterschied ist zwischen einem Verhaltensproblem und einem unerwünschten Verhalten. Zum Beispiel, das Ballen vom Rio beim Spielen ist kein Verhaltensproblem. Für viele Menschen ist das ein unerwünschtes Verhalten, aber auch mich stört dieses Verhalten nicht. Und da muss man eben klar definieren können, was ist jetzt ein Verhaltensproblem, was ist nur ein unerwünschtes Verhalten. Und wenn das Verhalten unerwünscht ist, was kann ich tun? Was kann ich an mir ändern und was kann ich an meinem Hund ändern, damit das besser geht. Was noch interessant ist in dem Buch, wir wollen euch da beibringen, dass dein Hund besser kennen zu lernen. Und so haben wir neun verschiedene Hundetypen oder Persönlichkeiten herausgearbeitet. Der Rio wäre zum Beispiel der Animator, der immer gern spielt, der andere animieren will zu spielen und der versteht es nicht, wenn kein Hund mit ihm spielen will. Ein anderer Hundetyp, der sehr häufig vorkommt, ist auch der Introvertierte, der eigentlich ich keinen Kontakt mit anderen Hunden merke. Da ist halt die Frage, muss ich ihn unterstützen darin oder soll ich ihn so annehmen? Was auch vorkommt, sind die typischen Ladies. Niemand ist gut genug für mich, kein anderer Hund ist gut genug für mich, man muss sehr sanft mit mir umgehen. Da gehen wir in dem Buch ein, was sind diese Hundetypen, diese Hundepersönlichkeiten und vor allem, was kann ich tun, meinen Hund in seiner eigenen Persönlichkeit, Individualität zu unterstützen? Und ein sehr großer Teil ist natürlich auch der Selbstcoaching-Teil für Hundebesitzer. Gerade bei Themen wie Angst, Aggression oder auch Jagdtrieb bei Hunden kann es sein, dass dieses Verhalten durch den Hundebesitzer ausgelöst wurde. Und da erfährst du, wie du nicht nur das Verhalten deines Hundes veränderst, sondern auch dein eigenes Verhalten. Was auch natürlich dabei ist, ist ein großer spiritueller Part. Also der spirituelle Part ist hier, wie kannst du richtig umgehen mit den Themen wie Tod und Krankheit beim Hund. Dann warum Hunde dich überhaupt spiegeln oder warum Hunde allgemein spiegeln und was auch die spirituelle Mission deines Hundes ist. Ja, also wenn du erfahren möchtest, wie du das Verhalten deines Hundes veränderst, dann ist das Buch wunderbar, aber auch wie du dein eigenes Verhalten veränderst. Und wenn du auch wissen möchtest, wenn du deinen Hund besser verstehen möchtest, ist dieses Buch sehr gut für dich gedacht, aber auch wenn du dich selbst besser verstehen willst. Zum Beispiel die Kundin, die den Hund hatte, der auf Männer aggressiv reagiert. Der wichtige Punkt, der mit Veränderungen passieren kann, war zu erkennen, dieses Verhalten von meinem Hund hat etwas mit mir zu tun. Mein Hund hatte das Verhalten Männern gegenüber, weil ich genau das gleiche Verhalten Männer gegenüber habe. Und es ging darum, sich den Männern wieder zu öffnen. Und die Frau, die all diese Hunde hatte mit Herzproblemen, da war ganz klar die Botschaft dahinter, öffne jetzt endlich dein Herz wieder. Wenn du jetzt deinen Hund bloß trainieren willst, dann kauf dir ein Buch über Hundetraining. Wenn du aber deinen Hund verstehen willst, mit deinem Hund wachsen willst, deinen Hund in seiner Persönlichkeit unterstützen willst und auch du deine Persönlichkeit besser kennenlernen willst, dann raten wir dir wirklich dieses Buch zu lesen, hinein zu blicken und dich davon inspirieren zu lassen. Viel Spass damit!